Hallöchen! Willkommen zurück bei PIXARC. Schauen, hier liegt ein Ei. Das ist groß. Das ist von so einem Bronto fallen gelassen worden. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Genau, bei Sauropod. Level 70. Ja, das wird auch noch interessant, was man dann alles kochen kann. Aber es ist zumindest keins, was man ausbrüten kann. Da war ich jetzt am überlegen, ob man vielleicht dann hier die Eier, die gelegt werden, ob die befruchtet sind. Aber das wird sowieso noch spannend mit dem Verpaaren. Für Dinos verpaaren können. Mailpachi Level 7. Wir können das ja eventuell bald probieren. So, Fio wollte ich eigentlich mal... Also, ich dachte mir halt, ich brauche ja bald... Wir werden ja... Ach man, ich bin echt leidig. Wääh! 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 Ähm. Ähm. Diese Dinos. Sie mobben mich. Warte mal, wir machen das mal... Wupp. Wupp. So, das müsste unser Speer sein. Aha! So, Level... ...24. Löffel 10. Nehmen wir mal Löffel 10. Komm! Seit wann wehren die sich und warum? Was ist das? Nein! Nein, 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 nein! Ihr wehrt euch doch sonst nicht. Ihr seid Fluchttiere. Du hast das vergessen. Ihr seid Fluchttiere. Helft mir! Rettet mich! Paris! Attacke! Attacke? Ah, Hilfe! Attacke! Macht was! Macht was! Helft mir! Helft mir! Warum tut ihr nix? Idioten! Idioten! Aua! Los! Oh oh. Oh oh. Nein! Der Bron... Hm. 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 Das, ähm. Hat er gerade meine Dinos mit einem einzigen Schwanz schlagt? Sie, Herr Bronto. Sie. Ja, genau sie meine ich. Ich meine, ich habe hier Qualität verbaut, ja? Das ist... Geh weg. Hm. Ich bin so allein. Aber jetzt habe ich ganz viel Haut. Alles gut. Ich könnte jetzt einen Sattel bauen für... Äh... Oh, Hunger. Ähm. Gut, dass die Bären scheinbar so gut wie gar nichts auf Hunger geben. Ähm. Wir brauchen einen Campfire. Das müssen wir jetzt ganz dringend bauen. Da hat er unsere Dinos mit einem Schlag weg. Das ist... Das ist... Das ist krass. Echt krass. Okay. Für Campfire brauchen wir logischerweise Wood. Also ich war ja nur ganz dankbar, dass der nicht irgendwie noch ein bisschen nachtragend auf uns war. Mit dem Motto, wir haben den Scheiß angezettelt. Okay. Wir brauchen einen Campfire. Wir haben ja Fleisch jetzt. Dann müssen wir das auch... Äh. Jetzt fehlt Wood und Flint. Okay. Na, Pari? Rufst du deine Kumpels? Mach mal den Bronto. Der hat die das letzte Mal hier sehen. Oh, nicht den Trike anhauen. Nicht den Trike anhauen. Süß lächeln und winken. Süß lächeln und winken. Okay. Gut. Ein bisschen Flint. Dann holen wir uns noch ein bisschen mehr Holz. Wird schon wieder Nacht. Das heißt, wird schon wieder. Ist schon wieder. Und es ist so ein bisschen neblig. So. Wird nämlich gerne noch ein zweites... Oh, das nervt ein bisschen. Kann ja jetzt überhaupt nichts gegen die machen. Und die sind einfach... Ich meine, als ich hier war, als ich hier angekommen bin, waren die noch nicht. Wenigstens ein Loop hätte er ja am Leben lassen können. Hätte ihm ja nichts getan. Aber es ist derselbe Kack wie beim normalen Ark. Wenn man seine Dinos irgendwo so auf Akko hat, ne? Beziehungsweise verteidigen hat. Die hauen halt einfach zu. So. Wir machen hier schön am... Schön am See. Wir machen uns das... Wir machen uns das hier hübsch. Get close and hold E. Also ganz gewohnt. Wir brauchen Fuel. So. Gittert. Perfect. Kann ich das halbieren? Auch. Und dann tun wir... Ich halt hier... Wir machen das erst mal an. Und jetzt? Raft. Ah, hier. Da geht er. 25. Oh, jetzt habe ich alle. Abbrechen? Miet. Das ist das hier. Habe ich jetzt... Niveau... Ah, Hilfe. Sekunde. Ja, das hat eine Spoiling Time. Alles klar. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Spoiling Time... Ach, guck mal. Guck mal. Unsere Bären haben doch ein bisschen was... Äh... Ein bisschen was gemacht. So, jetzt mal gucken. Irgendwo war doch hier in der Nähe so ein Level 48... Ähm... Pachy. So eine große Fio Mia. Hier, guck mal. Fio, Level 57. Du und ich, Freunde. Wir wissen doch Bescheid. Moment, pass auf. Äh... Ich habe keine Mäos mehr. Hm, hm. Ja, komm. Wie, glaubt das so? Oh, da brauchen wir ein bisschen... Ich kann ja nebenbei noch mal ein bisschen Bären sammeln. In der Hoffnung, dass ich noch Mäos bekomme. Was ist das dunkel? Das dünkelt. So. Mach mal hier. Tu mal. Kann ich. Ja. Ich brauche eh wieder Fiber und Gedöns. Ich lass die Finger davon. Nee, nee. Mach ich nicht. Level 57. Hau rein. Hm. Eos. Äh. Ehe. Hätte man nur geschubst die ganze Zeit. Da sind keine Büsche mehr. Da hinten noch. Der Porto trammelt die ganze Zeit auf unserem Haus rum. Und auf unseren Gefühlen. Damit... Wo ist denn hin? Wo ist denn hin? Du ist... Nee, Level 44. Wo ist denn hin? Ja. Kloppen recht spät auf. Muss ich sagen. Und die scheinen recht schnell Hunger zu kriegen. Der hat nämlich gerade schon wieder Taming verloren. Und dann bleiben wir jetzt mal dabei. Ich brauche da halt noch ein paar Mäos. Ich denke mit den Mäos geht es ein bisschen schneller. Ich hoffe es zumindest. So. Zeig mal her. Ja. Jetzt sind wir schon bei halb. Komm. Geht. Level 57. Mal gucken. Gibt es überhaupt so eine Effizienz? Das sieht man jetzt nämlich nichts. Effizienzbalken oder so. Den gibt es nicht wie bei Ark. Ich finde auch die Zeichnung da unten voll schön. Ich glaube gezähmt ist gezähmt. Also... Und er knödelt hier alles voll. Die ganze Zeit. Fantastisch. Also die... Die Fios sind... Eins... Tiii. Schau mal wie viel. Wie viel auf einmal. Und sie grunzen. Sie sind wirklich hier die Schweinchen. Kein Traum. Wie viel die knödeln. Sie sind ja noch mehr als im richtigen Ark. Ach du Gott. Und wenn ich erst die Fio habe, dann wären die Brontos aber hier. Ja komm. Yay. Äh. Knö... Oh. Und? Knödel. 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 Moment. Da müssen wir mal kurz... Knödel. ausmachen. Das ist ein Knödel. Sehr sehr rar. So. Equip Sattel to Ride. Jetzt schauen wir mal... Äh... Engrams. Achisattel. Auf Level 10 müsste ja dann eigentlich ein Fio-Sattel sein. Arasaurus-Sattel. Fio-Mia-Sattel. Ihr lernt. Wood Door. Hier den ganzen Kram lernen wir jetzt mal. Wood Ceiling. Spear Display hätte ich auch ganz gern. Wooden Window. Wooden Table. Zäunchen hätte ich natürlich gern. Wir müssen unbedingt Wände bauen, um irgendwie die Brontos draußen zu halten. Mortar & Puzzle brauchen wir bestimmt hier. Stone Picks. Ganz wichtig. Äh... Guide Post. When you explore caves, place this post on the ground to show the way back. Wie geil. Brauche ich ganz dringend. Ganz viel. Tailors Workbench. Megalodon-Helm. Terror-Bird-Helm. Rabbit-Ear-Helm. Ach. Ein Schneidertisch mit allerlei Schrott, den man bauen kann. Aber schön. Schöner Schrott. Fucking Pot. Alles klar. Sein Board on Wall. Wir lernen hier alles. Ich habe nur noch zwölf. Bett. Brauche ich vielleicht ganz dringend. Nehmen wir das mal mit. Slingshot. Wofür? Simple Range Revolution that deals damage from afar. Better for knocking out target than killing it outright. Requires flint to fire. Standing Torches. Die könnten wir mal machen. Check Mark Flag. After placing this, it will be displayed in the Minimap. The top of your screen can be colored with different colored dyes. Aha. Aha. Das heißt, da können wir Wegpunkte hinsetzen. Und dann auf der Minimap haben wir dann die Möglichkeit, da wieder den Weg zu finden. Schön. Water Bag. Empty. Die Workbench. Okay. Learn Angrim. Äh. Clay Wall. Also Lehm. Haben wir jetzt auch noch was mal machen können. Wooden Beast Gate. Hier. Oh. Nichts mehr zu lernen. Macht voll Ö. Mensch. Ah, verdammt. Mist. Ich dachte, ich könnte da hochlaufen. Okay, pass mal auf, Fio. Pass mal auf. Pass mal auf. Du bist jetzt erstmal hier. Kannst du? Nicht? Willst du nichts tragen? Muss ich erst den Sattel? Kraft. Äh, Pachy-Sattel. Den wollte ich jetzt gerade noch nicht. Biomia-Sattel. Craft Item. Einmal. So. Dann da. Sattel. Zack. Kann ich dem jetzt nicht hier? Moment. Success Inventory. Wo sind das? Wo sind das? Hier Inventor. Drop all Items. Du hast ja nichts. Bin ich blöd oder bin ich blind oder ist es nicht so einfach zu sehen? Egal. Egal. Erstmal. Yay. Oh, kann ich springen? Moment. Aber kann ich dann? Ah ja, das geht dann. Aber okay. Das ist doch schon mal gut. Wo waren wir jetzt zu Hause? Ja. Das mit dem Skill ist bei einem Fiomia so eine Sache, ne? C ist nicht. C ist nicht. Rechts ist nicht. Äh, das ist dafür eine Attacke. Das ist eine Kampfmaschine. Aber, äh, 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 jetzt echt doof. Wo ist das Inventar? Ich wollte das jetzt nutzen, damit, ne? Wir wissen ja alle, in Dinos sind Lachen, äh, sind Sachen länger haltbar. Inventar? Inventar? Das ist weg. Ach, da. Wie, das ist das Inventar? Hier? Muss ich... Okay. Ja, gut. Warum auch nicht? Dann schmeißen wir das halt da rein. Äh, und du kriegst die Beeren und die Beeren und die, die brauchen wir alle nicht. Ach, so, das ist das. Hell. Ja, da machen wir gleich eine Kiste. Leder haben wir echt auch noch einiges. Okay. Und hier sieht man das Gewicht. Ei. Eat, destroy my target. Bin kurz davor. Ähm. Gut. Ja. Also, ne Fio haben wir jetzt. Die, die kommt mit. Ne, brauchen wir eigentlich noch nicht. Du bleibst hier. Bleibst hier und kackst uns die Bude zu und wärst diesen Bronto ab. Und ich hoffe, es ist endlich mal kein Regen und nicht dunkel. Dann könnte ich nämlich mal ein schönes Foto von uns beiden machen. Mal schauen. Vielleicht haben wir gleich nochmal gutes Wetter. So, wir gehen jetzt Holz holen. Ne, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt Steinpick-Axt bauen. Und Stein-Axt bauen. Dann, äh, haben wir die Quest auch erfüllt. Ja, mal gucken. Da, ich glaub die Pick-Axt, die war's, die mal als erstes für die Quest bauen sollten. Dann hab ich keinen Rock mehr. Okay. Hey. You've already completed this type of quest today. You cannot accept another one. Okay. Man kann pro Tag eine dieser, dieser Quests machen. Und da kommt eine Belohnung raus. Und zwar... Und Privilege Certificate, also irgendeine Privilegien, extends soil Privilege for a certain amount of time. Take your quest reward. It can be found at the, äh, quest mailbox. There are five types of quests all... Ah, zu schnell weg. Aber was bringt mir jetzt dieses Ding? Das hab ich jetzt nicht. Also, Säule, Boden, Privilegien, muss man, muss man hier Boden reservieren, oder was? Ich auch nicht da unten rein. Das ist, äh, das ist jetzt, ist, 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 ist jetzt leider auch nicht weiter erklärt. Also, ich kann das jetzt drop, also kann ich use machen, oder so. Hm. So, die, die Spitzachs, äh, die Spitzhacke kann ich eigentlich dafür wegdonnern. Die brauchen wir nicht mehr. Die haben wir jetzt aus Stein. Dann gehen wir gleich nochmal Stein holen. Dann können wir uns noch die Steinachs bauen. Füße. Raft. Hier, Schuhe müssen wir uns nochmal bauen. Hab ich die überhaupt schon gelernt? Mal gucken. Ah, das Symbol. Hab gedacht, das wäre ein Stuhl, oder so. Gezogen. Okay. So, dann gehen wir jetzt Stein holen. Und dieses Ei hier. Du bleibst da, Knödel. Geh, äh, fast, ähm. Mit dem Stein ist echt, ist echt so ein Ding, ne? Irgendeine Musik eigentlich im Hintergrund. Die ist viel leiser als die Hauptmenü-Musik. Ich wusste überhaupt nicht, dass hier eine Musik ist. Gerade höre ich so ein bisschen düdeln, ganz leise. Hallo. Gucken wir mal. Aha. Ehrlich gesagt, so ein bisschen Angst. Nur ein bisschen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir diese großen, diese, diese grauen Steine auch wegbekommen. Oder ob das nach wie vor nur die grauen Grauen hier sind. Lass uns mal gucken. Also die hauen wir jetzt hoffentlich schneller weg. So. Okay. Schauen wir mal. Fett, 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 fett. Äh, geht nach wie vor nicht. Ich höre Geräusche von irgendwelchen Tieren, die ich noch nicht kenne. Ich bin gespannt, wie es dann so ist, wenn man, wenn man einen Raptor zähmen will. Oder, keine Ahnung, irgendeinen anderen Fleischfresser. Äh, die, die Pflanzenfresser füttern wir aus der Hand. Das ist soweit realistisch. Ob wir dann am Ende für, für Raptor und Co. dann doch wieder die, die Slingshot können wir ja bauen, haben wir gesehen. Das heißt, brauchen wir am Ende für Raptor und Co. dann wieder das, diese klassische Methode, um, äh, also dass wir so umhauen müssen. Und dann, äh, und dann, und dann eben so zähmen müssen. Moment, ich mach mal eben. So. So, können wir hier unsere Mine anlegen. Es ist jetzt total wie Minecraft, sich hier durch die, durch die Welt buddeln. Ich hab schon gesehen in den Trailern, es gibt auch solche Minenwagen, solche, solche Loren mit Schienensystemen und allem, dass man sich da so eine Mine anlegen kann und dann, äh, da durch die Gegend brettern kann. Ich glaub, das wird alles noch sehr, sehr genial. Äh, Parade Level 12. Ich würd gern diesen Baum fällen. Das Problem ist, ich hab Angst, dass ich dabei den, den Trike streife. Und dann haben wir ein kleines Problem. Machen wir mal den Weg zurück. Sind das Enten? Na ihr? Das sind wenigstens noch Fluchttiere. Ich wollt's nur wissen. Keine Angst, ich tue euch nicken. All diese, diese, diese Schluchten und Höhlen und... Wow. Das ist ja, das fällt mir jetzt erst auf. Das ist so ne, so ne Wasserbrücke hier quasi. Das ist schon ein bisschen, äh... Also ich glaub, dieser, dieser, dieser Zufallsgenerator bei der Karte ist noch so ein bisschen... Naja, ne? Vielleicht noch ein bisschen optimierungsbedürftig. Vielleicht ist es aber auch gewollt, dass es so verrückte Strukturen gibt. Ich mein, es gibt Schlimmeres. Hier sind böse Geräusche. Und da hinten, das da ist, glaub ich, ein Adropleurer. So ein Riesentausendfüßler, oder ist das... Ist das nur ein Pilz? Oder sowas. Ah, ich weiß es nicht. Ich will's auch gar nicht, noch nicht wissen. Hm, hm, hm. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie... rüberkommt. Ist diese Welt zerklüftet? Ja. Nee, schön. Habt ihr gut. Egal, lauf mal hier mal außen rum. Ein bisschen erkunden. Und dabei sterben. Also, die... Eine der größten Überraschungen, die ich bisher hatte, ist... Piumia greift an. Und... Piumia hätte mich, glaub ich, locker weggebügelt. Wenn ich nicht meine... Meine treuen, armen Dinos gehabt hätte. Die mich da verteidigt haben. Drum ist irgendwas Großes. Die ist leider nicht mehr. Und Piumia war auch ziemlich nachtragend. Kaponemis. Ach, so eine Schildkröte läuft da rum. Okay, das ist ein anderes Biom. Was ist das hier? Clay. Oh. Das ist gut, dass wir das vor der Haustür haben. Das ist gut, dass wir das vor der Haustür haben. Da haben wir also jetzt Ton, eine neue Ressource, die wir so sonst noch nicht aus Arkt kennen. Äh, Richtung. Muss hier so lang sein. Anders sieht es ja klüftet die Welt. Äh. Warte mit der Richtung. Ach da. Klappt alles gut. E-Mail. Und du warst ein Mail? Mail. E-Mail. Wir werden... Wir werden unbedingt wissen, ob man hier zähmen kann. Wir werden unbedingt wissen, ob man hier... Äh, nicht zähmen kann. Ob man hier züchten kann. So, Craft. Und dann... Roten Floor. Wie viel... Wie viel braucht man davon noch? Dann will ich nämlich erstmal Wände bauen. Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Wenn wir noch brauchen. Okay. Oh. Ihr seid beide Level. 44 und beide weiblich. Kann das sein? Ja, ne, super. Ich kann euch gut auseinanderhalten. Ein bisschen mehr Farbvielfalt würde vielleicht noch ganz gut tun, ne? Ich hab so das Gefühl, Fio sieht immer aus wie Fio und Pronto immer aus wie Pronto. Da könnte noch ein bisschen was reinkommen. Das wäre vielleicht ganz schön. Aber sonst... Sonst macht's echt schon Laune. So. 13 Wood Foundations. Äh, Wood Ceiling, Wooden Floor. 13 Stück. Warf diesen ganzen Strohkram in der Mitte. Das machen wir noch später. So. Ich glaube, du warst es, oder? Jawohl. Sehr gut. Bleib bei dir. Ja, ja. Ob die eine Mayoberry noch reicht? Ja, wie die knödelt. Unglaublich. Ma. Und zack. Ähm. Jo. Ähm. 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 Mir fällt gerade kein Name ein. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben. Machen wir das wieder so. Ihr habt doch immer super, super Ideen bei den Namen. Ein weibliches Schweinchen sucht einen Namen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man die, oder irgendwas steht von Ready to Mate, oder irgendwie, dass man die verpaaren könnte. Die große Fio-Zucht. Boah. Boah. Die sehen voll schön aus. Ja. Du bist auf meinem München. Ja. Oder so. Hast du schön gemacht. Also dein Kuss. Mehr hin hat er nicht gekackt. Muss man hier mal sagen. Man muss auch. Man muss auch mal loben. Immer noch der Bronto da im Hintergrund. Ich werde verrückt mit dem. Ich werde verrückt mit dem. Mal schauen, wann wir den loswerden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieder. Und dann bauen wir hier unsere Hütte endlich weiter. Nachdem wir jetzt ein bisschen erkundet haben. Und ein bisschen was erlernt und gebaut haben. Also an Tools. Ich will auch unbedingt die, den Tailor-Table bauen. Ich will diesen Deko-Tisch bauen. Überhaupt. Ich will alles bauen. Ja. Und ich will Schweinchen verpaaren. Also Mate Boost gibt es zumindest schon mal. Das haben wir ja eh schon gesehen. Dass dieses Herzchen da oben drüber ist. Dass die also ihren Bonus bekommen. Wenn man Männchen und Weibchen... Ja, Bronto. Wenn man Männchen und Weibchen haben. Aber... Kann man hier einmal in Ruhe irgendwie das Spiel let's playen? Geht das vielleicht? Äh... Female... Äh... Convert to Pixblock. What? Quip Settle to Ride. Access Inventory. Change Name. Order Following. Aggression Aggressive. Neutral. Enable Wandering. Nur wenn ich jetzt... Ich will nochmal... Annehme ich dann hier irgendwie... Oh, ne, ne? Ne, dann nicht. Okay, ich fange die jetzt wieder ein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschö!